Hi, ganz kurz zur Matheklapperwelt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbige kennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösung enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Matte-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. Thema heute sind die Einheiten. Und da gibt es drei Dimensionen. Die erste Dimension, die zweite und die dritte Dimension. Wir sehen es oben links. Die erste Dimension beschäftigt sich mit Strecken. Also, wie weit ist die Entfernung vom Punkt A zum Punkt B? Die zweite Dimension beschäftigt sich mit Flächen. Also, wie groß ist der Flächeninhalt von einem Quadrat oder von einem Dreieck? Aber auch mit Oberflächen von Körpern. Stichwort Körper. Da sind wir in der dritten Dimension. Und da fragen wir uns zum Beispiel, wie groß ist das Volumen eines Würfels oder einer Pyramide? Okay, ich habe jetzt hier in Orange mal eingetragen, womit man sich in der jeweiligen Dimension beschäftigt. Also, noch mal ganz rechts. Dritte Dimension beschäftigt sich mit dem Volumen von Körpern. Die zweite Dimension berechnet sich mit Flächen bzw. deren Flächeninhalt. Wobei, kurioserweise, die Oberfläche von Körpern auch eine Fläche ist und auch zweidimensional bearbeitet wird. Ja, und in der ersten Dimension, da geht es um Strecken, genauer gesagt um die Länge von diesen Strecken. Okay, beginnen wir mit der ersten Dimension und schauen uns die Einheiten an, die dort existieren. Die kleinste Einheit ist Millimeter, dann geht es weiter. Zentimeter, Dezimeter, Meter, dann kommen zwei Lücken und die größte Einheit bei den Strecken ist der Kilometer. Das gleiche Spiel können wir mit der zweiten Dimension machen. Also, das gleiche in grün. Die kleinste Einheit ist der Quadratmillimeter, Quadratzentimeter, Quadradezimeter, Quadratmeter. Die beiden Lücken, die hier in blau in der ersten Dimension noch existiert haben, werden mit dem a und dem Hektar aufgefüllt. Und dann kommt der Quadratkilometer. Um besseren Verständnis habe ich nochmal die Bedeutung von a und Hektar in Worten notiert. Wenn wir jetzt die Einheiten der ersten Dimension mit den Einheiten der zweiten Dimension vergleichen, dann sehen wir das Muster, dass wir bei Millimeter bzw. Quadratmillimeter starten und dann schrittweise bis Quadratkilometer bzw. Kilometer verändern. Auffälligster Unterschied zwischen der ersten Dimension und der zweiten Dimension ist allerdings, dass in der zweiten Dimension immer dieses Quadrat, dieses Hoch 2 bei der Einheit dran ist. Das liegt natürlich einfach daran, dass wir jetzt in der zweiten Dimension sind. Das heißt, dieses Quadratmillimeter kommt aus Millimeter mal Millimeter und das ist Millimeter hoch 2. Und in der ersten Dimension haben wir schön an jeder Einheit eine unsichtbare 1 oben im Exponenten. Okay, wenn wir dieses Konzept weiterverfolgen, dann erhalten wir die gleichen Einheiten, aber diesmal natürlich, da wir in der dritten Dimension sind, als Exponenten eine 3. Also, wir beginnen mit Millimeter hoch 3, gehen über Zentimeter hoch 3, Dezimeter hoch 3, Meter hoch 3, dann zwei Schritte, die nicht bezeichnet werden, hin zum Kilometer hoch 3. Statt hoch 3 sagt man übrigens auch gerne Kubik, also statt Millimeter hoch 3 sagt man Kubikmillimeter. Und auch nochmal kurz die Erklärung, warum Millimeter hoch 3? Na, wir haben drei Dimensionen, also Millimeter mal Millimeter mal Millimeter ergibt Millimeter hoch 3. Ja, und hier schon mal der Hinweis, dass das Volumen von einem Dezimeter hoch 3 einem Liter entspricht. Zumindest bei Flüssigkeiten, deren Dichte ungefähr 1 ist, wie das bei Wasser der Fall ist. Aber dazu später mehr. Bevor wir jetzt Einheiten umrechnen können, müssen wir noch klären, wie viel ein Schritt in der jeweiligen Dimension bewirkt. Und das habe ich hier ganz oben in der ersten Zeile mal in pink eingetragen. Also, in der ersten Dimension bei Strecken, wenn es um deren Länge geht, dann bewirkt die Veränderung bei den Einheiten um einen Schritt eine Kommastelle. Oder Multiplikation bzw. Division mit dem Faktor 10. Das bewirkt ja bei den Zahlen das Gleiche. Wenn ich mit dem Faktor 10 multipliziere, dann verändere ich eine Kommastelle. Können wir uns jetzt leicht merken, dass es in der zweiten Dimension pro Schritt eben zwei Kommastellen sind. Und das erreicht man, indem man mit dem Faktor 100 multipliziert oder dividiert. Also merken, zweite Dimension, zwei Kommastellen oder Faktor 100. Ja, in der dritten Dimension haben wir dann eben drei Kommastellen bzw. Multiplikation oder Division mit dem Faktor 1000. Weil, wenn man zum Beispiel eine Zahl mit 1000 multipliziert, dann muss ich drei Kommastellen verändern. Wenn ihr jetzt selber mal Einheiten umwandeln müsst, dann würde ich mich an eurer Stelle für ein Konzept entscheiden. Also entweder würde ich mir merken, die Anzahl der Kommastellen, die in der jeweiligen Dimension zu verändern sind. Also erste Dimension eine Kommastelle, zweite Dimension zwei Kommastellen, dritte Dimension drei Kommastellen. Oder ich würde mir alternativ das mit dem Faktor merken. Also in der ersten Dimension muss ich bei einem Schritt mit dem Faktor 10 rechnen, in der zweiten Dimension mit dem Faktor 100 und in der dritten Dimension mit dem Faktor 1000. Natürlich ist es gut, wenn man beides verstanden hat. In der praktischen Anwendung wird man sich früher oder später für eins von diesen beiden Verfahren entscheiden. Also entweder über die Faktoren arbeiten, 10, 100, 1000 oder über die Kommastellen 1, 2, 3. Ich werde jetzt hier in den kommenden drei Übungsaufgaben das Verfahren mit den Kommastellen benutzen. Aber ihr könnt es, wie gesagt, auch selber mit den Faktoren machen. Okay, starten wir doch mal unten links mit der ersten Beispielaufgabe. Wir wollen 123,7 Dezimeter umwandeln in Kilometer. So, jetzt schauen wir in die Einheiten rein. Wir wollen von Dezimeter runter zu Kilometer. Kilometer. Wie viele Schritte sind das? Dezimeter, Meter, dann diese zwei Schritte bis hin zu Kilometer sind doch insgesamt vier Schritte. Da in der ersten Dimension ein Schritt eine Kommastelle bewirkt, müssen wir hier insgesamt vier Kommastellen verändern. Die Frage ist nur, müssen wir das Komma nach rechts verschieben oder müssen wir es nach links verschieben? Da die Einheit um Dezimeter zum Kilometer größer wird, dadurch aber die Zahl insgesamt kleiner wird, müssen wir das Komma nach links verschieben. Und zwar um vier Stellen. So, wie mache ich das? Ich schreibe einfach mal ein paar Nullen hin. Dann schreibe ich die Zahlen hin. Eins, zwei, drei, sieben. Und das Komma ist ja aktuell an dieser Stelle. Und jetzt muss ich das Komma so verschieben und zwar nach links, damit die Zahl kleiner wird. Also Einheit größer, Zahl kleiner. Also Komma nach links verschieben, in dem Fall um vier Stellen. Jetzt sind wir aktuell hier. Eine Kommastelle, zwei Kommastellen, drei Kommastellen, vier Kommastellen. Dann kommt es also dorthin. Ja, und die Null, die jetzt hier vorne zu viel davor steht, die kann ich einfach wegradieren. Weg ist sie. Also Aussage. 123,7 Dezimeter sind 0,01237 Kilometer. Ein klassischer Fehler wäre jetzt, dass man das Komma nicht nach links verschiebt, sondern nach rechts verschiebt. Kann ich auch mal machen. Ich schreibe dann die Zahl nochmal auf. Eins, zwei, drei, sieben. Mach jetzt hier hinten einfach ein paar Nullen dran. So, das Komma ist aktuell hier vor der sieben. Jetzt verschieben wir es mal um vier Einheiten nach rechts. Also eins, zwei, drei, vier. Dann sind wir hier. Jetzt machen wir noch ein paar Tausenderpunkte rein, damit wir die Zahl schöner lesen können. Dann bekämen wir Einheit in Kilometer. Eine Million 237.000 Kilometer. Das macht keinen Sinn. Denn 123,7 Dezimeter können keine eine Million 237.000 Kilometer sein. Also das ist Quatsch, was hier steht. Deswegen ist wichtig, dass ihr, wenn ihr solche Einheiten umwandelt, immer die Plausibilität prüft. Also kann das sein von der Zahl her. Und dann wird fast immer auffallen, wenn ihr das Komma in die falsche Richtung verschoben habt. Ich vermerke hier nochmal kurz, dass wir auf dem Weg vom Dezimeter zum Kilometer vier Schritte haben. Und ein Schritt ist in der ersten Dimension eben eine Kommastelle wert. Also muss ich das Komma um vier Stellen verschieben. In dem Fall nach links. Und genau das haben wir hier unten links. Gemacht. Okay. Betrachten wir uns in der mittleren Spalte ein Beispiel für die zweite Dimension. Wir starten mit 7,264 Hektar. Okay. An der Stelle eine kurze Anekdote. Warum hier in der zweiten Dimension a und Hektar auf einmal eine Rolle spielen. Das liegt in der Vergangenheit begründet. Dass es eben Sinn gemacht hat, diese Lücken, mit Einheiten zu belegen. Weil zum Beispiel, wenn ein Bauer einem anderen Bauer ein Feld verkauft hat, dann hat man nicht irgendwie gesagt, es sind 50 Milliarden Quadratmeter oder 0,07 Quadratkilometer. Sondern man hat die Einheit in Aare oder Hektar angegeben. Also es hat einfach nur praktische Gründe, warum diese Einheiten Aare und Hektar eingeführt wurden. Okay. Wir wollen jetzt umwandeln von Hektar in Quadratmeter. Schauen wir ins Bild. Wenn wir vom Hektar in Quadratmeter umwandeln wollen, sind das zwei Schritte. Hektar a Quadratmeter. Also wir reden hier von zwei Schritten. Da ein Schritt in der zweiten Dimension zwei Kommastellen wert ist, sind zwei Schritte vier Kommastellen. Also auch in dem Fall müssen wir um vier Kommastellen verschieben. Die Frage ist, in welche Richtung? Die Einheit wird von Hektar zum Quadratmeter kleiner. Also müssen wir umgekehrt denken und die Zahl größer machen. Und größer wird die Zahl, wenn wir das Komma nach rechts verschieben. Also. Sieben, zwei, sechs, vier. Mach ich einfach mal zwei Nullen dran, ohne zu wissen, ob das stimmt. Das Komma ist jetzt gerade nach der sieben. Also hier, wir wollen jetzt vier Stellen verschieben. Eins, zwei, drei, vier. Dann kommen wir hier an diese Stelle. Und da sehen wir, dass wir die Komma Null hier gar nicht nötig hätten. Deswegen mache ich sie auch weg. So, dann wollen wir die mal eliminieren. Zack, weg ist sie. So, ich arbeite gerne mit dem Tausender Punkt. Also von hinten immer nach drei Stellen einen Tausender Punkt einführen. Und da sehen wir, 72.640 Quadratmeter ist unsere Lösung. 7,264 Hektar sind also 72.640 Quadratmeter. Ja, wir haben bei dieser Aufgabe schön gesehen, dass es nicht genügt, die Schritte zu zählen. Sondern es muss auch klar sein, wie viel ein Schritt wert ist. In unserem Fall, wegen zweiter Dimension, ist ein Schritt zwei Kommastellen wert. Wenn wir zwei Schritte verändern, ist es zweimal zwei, also vier Kommastellen. Natürlich noch ein Beispiel für die dritte Dimension. Und jetzt sollen wir 2,45 Kubikmeter, also Meter hoch 3, umwandeln in Liter. Also, wir haben zum Beispiel ein Fass. Da haben wir das Volumen berechnet. Und da kam raus, 2,45 Kubikmeter, Meter hoch 3. Jetzt fragen wir uns, ja, wie viel Liter gehen denn da rein in dieses Fass? Ja, da muss man auswendig wissen, dass Dezimeter hoch 3 das gleiche ist wie ein Liter. Okay, wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass wir jetzt in der Aufgabe von Meter hoch 3 umwandeln müssen in Dezimeter hoch 3. Ja, also ein Schritt. Und hier ist gerade mal hier an der Seite. Ein Schritt. So, und ein Schritt in der dritten Dimension ist drei Kommastellen wert. Also müssen wir das Komma um drei Stellen verschieben. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung? Von Meter hoch 3 zu Dezimeter hoch 3 wird die Einheit kleiner, aber die Zahl größer. Also müssen wir, damit die Zahl größer wird, das Komma um drei Einheiten nach rechts verschieben. Also, ich schreibe mal die 2, 4, 5 auf. Da mache ich mal eine Null hier dran. Das Komma ist aktuell hinter der 2, also hier. Jetzt müssen wir um drei Stellen nach rechts verschieben. Eine Stelle, zwei Stellen. Und wenn ich noch eine Stelle verschiebe, dann taucht diese unsichtbare Null hier auf. Also, 2, 450 Liter. Und um die Zahl besser ablesen zu können, von hinten in dreier Schritten den Tausenderpunkt einfügen. Dann sehen wir es auch besser. 2, 450 Liter. Okay. Also ich hoffe mit der Übersicht und auch mit den drei Beispielaufgaben ist klar geworden, wie man Einheiten umrechnet. Und nochmal das Wichtigste. Ihr müsst wissen, dass es drei Dimensionen gibt. Erste Dimension, zweite Dimension, dritte Dimension. Ihr müsst wissen, was man in der jeweiligen Dimension berechnet. Also, erste Dimension, die Länge von Strecken. Zweite Dimension, den Flächeninhalt von Flächen. Dritte Dimension, das Volumen von Körpern. Und dann müsst ihr natürlich wissen, wie viel Kommastellen ein Schritt wert ist. Kann man sich aber gut merken. In der ersten Dimension ist ein Schritt eine Kommastelle wert. In der zweiten Dimension ist ein Schritt zwei Kommastellen wert. Und in der dritten Dimension ist ein Schritt drei Kommastellen wert. Dann müsst ihr euch immer nur überlegen, muss ich jetzt mein Komma nach rechts oder links verschieben? Und da müsst ihr immer andersrum denken. Wenn die Einheit größer wird, dann muss die Zahl kleiner werden. Und das erreichen wir, indem wir das Komma nach links verschieben. Oder anders formuliert. Wenn die Einheit kleiner wird, muss die Zahl größer werden und das Komma nach rechts verschieben. Gut. Zum Abschluss möchte ich nochmal eine andere Art von Einheit beleuchten. Nämlich Einheiten, die beim Thema Zeit auftauchen. Dazu folgende Frage. Wie viele Sekunden hat eine Woche? Da könnt ihr jetzt mal selber etwas überlegen. Okay. Genug überlegt. Wir rechnen zusammen. Eine Woche hat ja sieben Tage und ein Tag hat 24 Stunden und eine Stunde hat 60 Minuten und eine Minute hat 60 Sekunden. Das multiplizieren wir einfach aus. Also 1 mal 7 mal 24 mal 60 mal 60. Und erhalten als Ergebnis 604.800 Sekunden. Also hier beim Thema Einheiten im Rahmen der Zeit können wir nicht einfach rechnen mit Faktor 10, Faktor 100, Faktor 1000 und dann irgendwie 1, 2, 3 Nachkommastellen verschieben. Sondern hier müssen wir aufgrund der Erfahrungen aus dem realen Leben wissen. Naja, eine Woche hat sieben Tage, ein Tag hat 24 Stunden und so weiter und so fort. Wenn ihr euch fragt, warum das jetzt mal irgendwann so eingeteilt worden ist, dass eine Stunde eben 60 Minuten hat und eine Minute 60 Sekunden. Müsst ihr mal googeln, hat wahrscheinlich irgendwas mit den Babyloniern zu tun. Da kommt auch her, dass ein Dutzend eben 12 ist. Gab es glaube ich auch mal an Western. Das dreckige Dutzend oder so. So, aber ich schweife gerade ab. Übrigens, wenn wir noch kleiner gehen als Sekunde, dann wechseln wir wieder ins Dezimalsystem. Das heißt, eine Sekunde hat 10 Zehntel Sekunde oder auch 100 Hundertstel Sekunde. Also da hat man sich dann von diesen 60er Zahlen hier gelöst. Okay, dann viel Spaß mit den Einheiten. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also der Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Matterbuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen. Dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream entsteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Video-Empfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.